Norddeutscher Rundfunk Rechts, einer Mitte, einer links. Kann aber auch noch mehr sein. Der eine steht am Tor. Ihr Schweine, jetzt seid ihr dran. Okay, drei gehen raus. Fast zwei bis drei gehen raus. Da läuft einer, der ist raus. Es wäre gerade so schön. Es wäre gerade so einladend. Schmeike, bleib mal kurz so stehen. Du kriegst ihn mir in Schweden auch? Was hast du? Ich kann keinen anderen sehen. Flansche locker? Ja. Das nehme ich auch so was vom Krom ist, um meine Joy in der Rette zu stören. Alles gut. Ich guck mal, ob ich den Rest finde. Was machen die da? Warum nicht? Da hinten sitzt ja noch einer. Da hinten sitzt ja noch einer. Da hinten sind die Leute weg. Es kommt von ziemlich weit hinten. Dann kannst du mal hier hinten rein gucken. Ja. Mit deinem super Skok. Ja. Mit deinem super Skok. Was ist mit dem Kollegen da? Echt nicht? Den habe ich eben schon geschossen. Der macht dieses Signal. Ich bin nicht bewaffnet. Egal. Lassen wir ihn mal tanzen. Auch die Unterhose. Auch die Unterhose. Wie kann man so jung sein. Und schon so gemein. Von den Besten gelernt. Ja. Die Franzosen haben mich auch tanzen lassen. Ich fahrt meine Franzosen. Ja. Ja. So viel diese Beute. Wir sind gleich mitkranzen. Mach nicht so einen Lärm. Ja toll. Jetzt sind wir alle hier oben. Wo es am nächsten gebraucht wird. Unten müssten aber welche sein. Ja. Ja. Ich hab's schlägt lassen. Ah, Mann. Ja. Ja, wir haben doch ganze Zeit. Okay. Ja, aber jetzt alle was hier waren. Sie gehen. Na, ich hab's ja. Ja, ich hab's ja. Ja, ich hab's ja. Vielen Dank für's Zuschauen.